Menschen von Metropolis und Erde, ich, Lex Luthor, befreit euch von Darkseid und dem Feuerplaneten. Als Bezahlung für meine Dienste als Beschützer der Erde verlange ich nur den Titel des Imperators. Ach, bitte. Ihr vergesst, all eure Lieblingshelden sind voll. Das nenne ich mal ein Transponder. Oh, äh, hallo. Ich, ähm, habe eben der Menge von deinem edlen Opfer erzählt. Nein, hat er nicht. Werde hier jetzt artig mitkommen. Du verhaftest mich? Du bist ein flüchtiger Krimineller, nicht wahr? Was ist mit dem Frischling? Der Frischling hat mit uns den Planeten gerettet. Und dann hat er uns nicht einfach mitten in der Galaxis ausgesetzt. Der Frischling war ein echter Verbrecher. Wie ein Profi. Und das war's? Es gibt wirklich keine zweite Chance, Batman. Das kann doch nicht alles sein. Tritt uns bei und bewirke wirklich etwas. Oder du, ähm, ja, du machst bei uns mit und hast viel mehr Spaß. Deine Wahl war richtig. Hm, mal sehen. Nach allem, was ich für dich getan habe? Wolltest du sie nicht auf die andere Seite des Universums schicken? Klappe, Joker. Zwei Mal? Kommst du? Also, Lex, da man dir nicht trauen kann, sollte vielleicht der Frischling unser neuer Boss werden. Hahaha, am besten sprechen wir in der Basisträte. Ich habe ungern recht. Ich habe ungern recht.